Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie abwechslungsreiche Festmenü machen können, ohne lange in der Küche zu stehen. Probieren Sie die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und es gibt eine grosse Auswahl. Geräuchert den Schweinshals, Nussschinkli oder geräuchert die Rindszungen. Besonders beliebt sind auch die geräucherten Rollschinkli oder Quick-Schäufli zu besonders günstigen Preisen, wie alle Quick-Spezialitäten. Die Quick-Spezialitäten bleiben in einem Alufrischhaltebeutel besonders lang haltbar. Die Frische können Sie im Verkaufsdatum selber kontrollieren und jedes Quick-Produkt hat erst noch eine Qualitätsgarantie. Der Goat-Metzgermeister, Herr Kim, ist heute bei uns im Studio und er zeigt uns jetzt, wie einfach es ist, diese Quick-Spezialitäten anzurichten. Bitte schön, Herr Kim. Ja, gerne. Nach 5 Viertelstunde im heissen Wasser nehmen wir das Quick-Schäufli Osterpfanne. Das Wasser hat nicht gekocht? Es darf nur süden, sagt er. Und in diese Packung kann auch gar kein Wasser kommen? Nein, diese Packung ist extra so gemacht. Jetzt nehmen wir die Schere und schneiden den oberen Teil von diesem Beutel weg. Der ganze Saft ist jetzt also in dieser Packung geblieben. Die Quick-Schäufli ist im eigenen Saft gekocht. Jetzt nehmen wir die Gabel und nehmen das Quick-Schäufli raus. Oh, ich habe ein schönes Stück. Die Quick-Schäufli sind immer so. So, jetzt mit dem Messer machen wir zwei Teile. Jetzt schneiden wir schöne saftige Traschen. Ah, da hat es kein Bein. Quick-Schäufli haben nie Bein. Saftige Stück. Sagen Sie, Herr Kim, kann man die Schäufli auch noch anders zubereiten? Ja, Quick-Schäufli kann man auch kalt servieren. Oder dann im Teig, frisch aus dem Backofen. Ja, das ist sicher auch gut. Sieht schön aus. Danke schön, Herr Kim. Und denken Sie daran, die Quick-Fleisch-Spezialitäten, die sind in Qualität und Preis eine exklusive Coop-Leistung. Und dann eine erfreuliche Meldung für die Einwohner von Altstädten im St. Gallischen Rheital. Morgen Morgen um 8 Uhr geht ein neues Coop-Center auf. Dort kommen Sie ohne lange Einkaufswege alles über, was Sie täglich brauchen. Hier zum Beispiel Fleisch oder auch frische Schnittblumen. Sie sehen, Coop sorgen auch an einem kleineren Ort für moderne Einkaufsmöglichkeiten. Ja, das wäre es für heute. Auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Kilo ausländischer Bienenhonig, Flora Miel im Glas, statt 4.60, nur 3.90. Eine Dose Pastettli-Füllung mit Champignons, statt 4.90, nur 3.90. 500 Gramm Coop-Pflanzenmargarine Bonjour mit 10% Butter, statt 2.60, nur 2.10. Ausländische Boulet, tiefgekühlt und Pfannenfertig, 500 Gramm, nur 1.90. 4 Liter Gewebe-Friedler Tedidus, statt 5.00, nur 4.30. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop ein Jumbo-Paket an 5 Kilo Ohmo, Vollwäschmittel für nur 13.90. Und da noch ein interessantes Angebot vom Coop-Fotoservice. Bei Coop gibt es jetzt Farbfoto, extra gross, mit über 30% mehr Bild für nur 80 Kronen. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017